Das gab's bei einem Schweizer Sender noch nie. Eine politisch völlig unkorrekte Satiresendung. Bild mit Ton. Wir servieren Ihnen alles, was Sie sich jemals im Fernsehen gewünscht haben. Von infantilem Humor bis zum intellektuellen Synapsenriss ist alles dabei. Wir haben für Sie Explosionen, Speck, jemand in Gelb, ein Musiker, eine Band, zwei Bands, Emanzen, Ton, Männern, Strumpfhosen, die chinesische Armee, dunkle Materie, Milch, mich, Babys, Frei-Evanillisten, Astronauten, Zwei mit Bart, Pizza, Polizisten, Humor, mehr Explosionen. Wir finden das gut. Und Gott auch. Die Frischlingsparade sorgt für weitere Angriffe auf die Lachmuskulatur. Newcomer aus Comedy, Cabaret und Kleinkunst springen ins kalte Wasser. Marco Fritsche präsentiert den komödiantischen Nachwuchs im Casinotheater Winterthur. Wie ihr seht, bin ich alleine unterwegs. Das ist ja als Asiate in der Schweiz nicht so üblich. Der Comedy-Montag im Sportszenefernsehen. Um 19 Uhr, Bild mit Ton. Und um 19.35 Uhr, Frischlingsparade. Jeden Montag.